Hallo und herzlich willkommen zum Live-Let's-Play von The Park. Und ja, dann geht's jetzt auch los. Es ist so schön dunkel. In the park is a dangerous experience. Mr. Blade in the dark room running for any headphones. If that was subjects matter, then me describing to some players during the curse of blaze. So schnell kann ich gar nicht lesen. The park. Ich hoffe, man konnte. Der zählt doppelt, was? Wenn was ist, Peter ist schuld. Und jetzt halte ich mal meine Klappe. Ich weiß gar nicht, kam da, aber ich weiß, ist schon so lange her. Ich glaube, ich werde trotzdem, glaube ich, mich in die Hose scheißen. Jetzt halte ich meine Fresse. Bis gleich. Vancom presents. Wo ist Mr. Bear? Ich habe nicht Mr. Bear gesehen, Callum. Geh in der Fahrt und geh und informieren. Das ist ja, hu, alter. Ja, okay, hu, ha. Okay, ähm, ja, wunderschönen guten Abend. Gotox auch an dich und da, Benji, bis, ich grüße dich. Ja, ich konnte es nicht abwarten. Ich muss es einfach, ich mache es auch ein Live-Let's-Play. Und ja, so. Ähm, ich hoffe, das geht heute mit der Sündqualität. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es ist ein schöner Tag. Wir sind gerade im Movie-Park. Hier in Bottrop, Kirchhelm. Ja, wir sind gerade hier hingekommen mit unserem Sohn Callum. Und, ähm, Atlantic Island Park, Bingo. Ja, Movie-Park. Hier ist überall, ich gehe mal da hinten schauen. Ich, kann ich auch, kann ich rennen? Kann ich rennen? Solches wirklich wagen, da hinten hinzugehen? Ich, ähm. Hm. Ich schaue mal. Ich lasse mich da mal überraschen, ob ich... Vielleicht gibt es ja hier irgendwie so ein, so ein Secret-Item oder so, was man dann... Ihr kennt mich ja, ich muss ja alles immer erkunden. Es ist ja so, so Open-World. So wie, ne, das, äh, OP, OP-of-MOPI-Rennspiel, was wir gerade hatten. Und würde ich auf YouTube nicht wundern, wir sind immer noch im Live-Let's-Play jetzt hier. So. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es auf YouTube kommt, aber ich nehme es trotzdem mal auf. Und, ähm, ja. Was? Read Note? Was? Ah, guck mal einer an. Ah, Kinder. Ihr habt meine andere Imagination. Ähm. Wer es lesen möchte, kann es gerne lesen. Ja, also, wie gesagt, für YouTube, ihr könnt ja Pause drücken. Hier im Stream ist, äh, ja, meine Englischkenntnisse werde ich hier, glaube ich, nicht erläutern. Und, äh, ich schaue mal eben, ob ich da ein bisschen was... Oh, mein Gott. Someone is living in Atlantic Island Park. Irgendwas lebt im Atlantic Island Park und nachts kannst du es sehen. Oh, mein Gott. Ich, was werde ich denn da sehen? Diesen Typen da. Sieht ein bisschen aus wie, ähm, Slender. Hm, 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 hm. So, Moment, 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 Moment. Okay, also, wie gesagt, für die Leute auf YouTube, einfach kurz pausieren und selber lesen und vielleicht sich selbst zu übersetzen, weil, wie gesagt, meine Englischkenntnisse, ihr wisst es ja, ne? Wie, flexig, übersetzt es nicht für uns? Ich kann es nicht! Auf jeden Fall, irgendwas wartet bei uns, äh, wartet bei uns im Park, vor allen Dingen, ja, im Moviepark, bei mir. Äh, irgendwas wartet, äh, im, im Freizeitpark auf uns. So, und wir müssen jetzt irgendwie hier den Teddybären finden. Hm, huch, Alter, es ist immer noch total schnell mit der Sicht. Naja. Was, 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 Quali, äh, was, was, äh, die Quali hack gerade bei mir, äh, Dito, äh, bei mir auch gerade. Ja, ich versuche mich mal so langsam wie möglich zu bewegen. Vielleicht geht es ja dann einigermaßen. Ja. Bewege ich sich langsam, trotzdem viel verwechseln. Ich, ich versuche es so gut, es geht langsam, mich zu bewegen. Ich erinnere, ansonsten müsste das, wie gesagt, auf YouTube schauen, dann lade ich das doch auf YouTube hoch. Ja, wenn es so, ich weiß, ich kann es leidern, ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann es leider nicht ändern. Also, mein Upload, wie gesagt, fünf, sechs. The Park is now closed. The Park is now closed. Aha, kann ich hier nicht? Kann ich da, kann ich da irgendwie reingucken? Kann ich hier reingehen? Nein, okay. Also, wie gesagt, ich, ähm, ihr könnt ja mal schreiben in den Chat für die Leute jetzt hier auf Twitch, soll ich das auf YouTube hochladen oder soll ich? Interact with objects in deiner Welt. Aha, okay, mhm, ja, das kann ich übersetzen. Also, wir können irgendwie Interaktionen ausführen in unserer Welt. Hallo, ich hätte gern ein Ticket. Ich würde gerne... Uah, Alter. Alter, ich erschreck mich schon von diesem Sound. Ist noch gar nichts passiert. Aber wie niedliche Busse die auch haben, ne? Ist ja faszinierend. Ach, guck mal, da sitzt jemand. Information und Tickets. Okay, ist ja hier... Was ist... Bzzz... Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! Wow. Ich denke, dein Junge hat gerade in den Park. Ich werde die Gäste für dich unlocken. Ja, super. Jetzt ist unser Sohn da tatsächlich reingelaufen. Wir sollten eigentlich den Teddybären finden und... Ja, er ist da reingelaufen. Er ist irgendwie... Wir haben gerade irgendwie so ein bisschen so... Ich weiß nicht, uns ging es irgendwie nicht so besonders. Und er redet auch sehr merkwürdig. Er redet so gar nicht, als ob er... Ich weiß gar nicht, als ob er gar nicht da wäre. Na ja, guck mal mal. Gut, also er... Press Kreis... Show to Callum. Okay, wir können Kreis dringen, um Callum zu rufen. Callum, ich habe gesagt, du wirst in den Auto warten. Komm, hierher! Okay. Hm, Atlantic Island Park. Alter, wie cool. Boah, ich mag Freizeitparks. So, huch. Ich, wie gesagt, ich versuch's. Äh, dieser dumme kleinen Junge. Äh, was, was, was? Ja, ja, ja. Ich möchte was, was wohl. Wie Flyer. Ah, willkommen to Atlantic Island Park. Äh, I first came visit to... Island... Also so eine kleine Broschüre. For the little ones... For the teens and for the big one. Place to sleep. Und im Hotel... Okay, Drink Bingo steht unten noch drunter. Okay, so eine kleine Broschüre. Ja, dann wollte ich sagen, gehen wir mal... Ach, komm, da oben ist er. Warte, 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 warte doch um mich. Äh, was? Ich kann nicht rennen, äh, ich, äh. Es ist etwas spätestens über die Unterricht in einem Schadenpark. Ja, ja, es ist ja noch Tag, ne? Ja, es ist, der Park kann auch von mir schließen, aber es ist ja noch Tag und wir können ja hier noch, ich, äh... Wett! Hopp! Warum spiele ich dieses Spiel? Oh Gott, der Park. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht, was hier passiert ist, keine Ahnung, und warum ist es auf einmal plötzlich Nacht geworden? Ah, ich kann rennen, okay. Aha, hier ist schon mal eine Map, aha, erledigt mich dann. Was haben wir denn da? Bumpercars, Octotron, Ferrywheels, Rollercoaster, oh, da freue ich mich schon sehr drauf. Aha, House of Horrors, okay. Tunnel of Tales, SciShow, L.A., oh Gott, Entrance. Um Gottes Willen. Ja, von wegen Tag. Okay, paar, okay, ein paar Sachen plöbben hier gerade noch auf. Ähm. Hey, ey, warte! Hä? H- Stopp, Callum! H- Warte, wieso kann ich nicht rennen? Was? Was? Was war das? Okay, ich seh mich erstmal um. Ist mir egal, den Jungen finden wir bestimmt. So, warte mal, ich, äh, Alter, ist es dunkel hier. Huch. Warte mal eben. Ich muss es mal, ich muss es mal so machen. Ähm. Alter. Da siehst du, siehst du auch nichts drin, ne? Es ist so, es ist arsch, arschdunkel, wenn ich das mal so sagen darf. Kleine Kinder gehören fast zu der Uhrzeit ins Bett und nicht im Freizeitpark. Ja, aber wir waren ja... Da steht irgendwas drin. Ja, aber wir waren ja... Was ist das denn hier? Uah! Alter. Uah, Alter. Puppen sind immer ein... Böses Oben, das weiß ich seit The Evil Within, das ist... Bei uns im Freizeitpark möchte ich aber auch echt nicht nachts rumlaufen, ganz ehrlich. Und vorhin nicht zu so einer Geisterbahn. Da ist... Da hinten ist das Riesenrad. Callum. Ich geh trotzdem erstmal hin. Callum! Dunkel ist dunkler, ja. Hier ist nochmal die Karte, kommen wir hier. Aber hier kommen wir gar nicht lang, ne? Mami muss dich sehen, Callum. Kuck mal, Mami. Okay. Geht das so mit der Stream-Quali? Kann man das einigermaßen gucken? Oder so für die Leute auf Twitch? Geht das so einigermaßen? Ich, ähm... Ich muss mal ganz ehrlich gucken. Ich schaue nochmal, entschuldigt bitte, aber ich muss mal gucken, dass ich hier die Sensitivität... Wieso hat das nicht gespeichert? Ach, der hat das nicht gespeichert gehabt und ich muss auf Apply gehen. Ich bin doch so hohl. Apply, ja. Continue game. Ah, so ist das schon viel besser. So geht das schon einigermaßen. Warum habe ich mich in dieses Spiel geholt und warum spiele ich das? Da will ich gar nicht erst rein. Ich bin da. Ich will da gar nicht... Karin Killian ist... Was? Stratz? Rome? Da will ich gar nicht rein. Das ist... Das ist bestimmt das Horrorhaus. Ich, ähm... Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Alter, mich jucken gerade. Warte mal, mich jucken gerade so die... Hilfe... Alter, 17 Zuschauer sind heute wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Da, hör auf! Feiert ihr da ne Demo oder was? Meine armen Haare feiern auch gleich ne Demo. Saving. Immer wenn ich unten Saving sehe, dann denke ich immer... Was, was, was? Exame... Ach, ein Schuh. Und ein Schuh verloren, verdammt. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Mhm. Chad the Chipmunk, willkommen to the Electric Island Park. Chad can be seen in the Daily Ice during shows in the following locations. 11 a.m. Slay Show Alley, 1 p.m. The Octron, 3 p.m. Park Entrance. Aha. Let's chart the Chipmunk, words in the class. Chad can't even see the past. Chad can be angry, like to fight. Chad, it's been every night. Chad will have a dad and job. Chad will die a useless job. Oh, God. What does that mean? Der sieht aus, ob der gleich mich anspringen würde, so wie der da steht. Hey, Toiletten. Wie war das nochmal mit Toiletten? Ihr wisst es ja. Ist es... Rest... Restroom? Kann ich die... Nein, kann ich... Kann ich nicht. Okay. Komme ich hier rein? Vielleicht... Vielleicht war ich bei den Damen, wach ich. Vielleicht komme ich bei den Herren rein. Nein. Ja, vor allem, wieso wird es auf einmal so schnell in Nacht? Ich verstehe es nicht. Ist es... Ähm. Whee. Eine Attrakt... Was war das? Tunnel of Tails. Komm schon, Mama! Das ist bestimmt eine gute Idee. Ich, ähm... Rideswan. Okay, wir sollen den Schwan reiten. Das klingt so falsch, wenn ich das so sage, aber... Ja, gut, ich, äh... Was ist jetzt? Oh Gott. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Sieht sehr einladend aus, vor allen Dingen. Ich... Ich möchte das nochmal... Nur mal so... So anmerken. Das wirkt alles sehr beruhigend auf mich. Ich will das nochmal so... So anmerken. Meine Haare, ey. Die sind auch beruhigend gerade. Huch. Entschuldigung. Hansel Treter. Hansel Treter. Was ist... Was ist... Was ist... Was ist... Hansel Treter. Hansel Treter. Hansel Treter. Hansel Treter. Hansel trekt out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Heimkrieg. Hansel Treter. Hansel Treter. Hansel Treter. Hansel Treter. He leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents house. Ich kann mich nicht umdrehen. Scheiße. Ich kann mich nicht umdrehen. Scheiße. Was ist der los? Was ist denn los? Hansel trete sein Fleisch in pieces und left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for three days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Zwischen fünftzig und tausend kannst du sitzen. Harzteiler. An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them two enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside. The old woman urged. And the children still licking their sweets followed. The old woman told Gretel, the old woman told Gretel, once he was fattened up, I will be able to clean her heart. The old woman told Gretel, the old woman told Gretel, once he was fattened up, I will be able to clean her heart. Alter. Shut up with me. What a shit. Time passed and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch for her part grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove. And the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother, Hansel. And together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled. And the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Bitte was? So kenne ich die Geschichte also nicht. Also zumindest das Ende. Alter, was war das denn gerade? Ah, wie froh, wieder draußen zu sein. Und warum spiele ich dieses Spiel? Hallo, Türi, Alprime, willkommen zum Live-Let's-Play von The Park. Bloß weg hier. Und dann, woher du dich? Catch me, Mommy. Catch me, Mommy? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Stop hiding, Callum! Hansel and Gretel. Oh, sweet. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Oh, my God. Those poor children. The whole world against them. The forest. The birds. The old witch. Even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister. Hand in hand against the unkind world. We were always hungry. Looking for our own house made of candy. Looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places. Where the tree branches reach like claws. Callum? Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so. Ja, willkommen zum Live-Let's-Player an alle neuen Zuschauer. Alter 20, Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Ihr wollt mich nur leiden sehen, seid ehrlich. Spiel speichert. Was ist das denn? Alter, hör auf! Boah, ich kann das gar nicht lesen. Was steht denn da? Was ist das? Ich kann das gar nicht lesen. Das ist so klein. Okay, für euch auf YouTube, wir sind einfach pausieren. Dann könnt ihr das ja durchlesen. Ich kann das, das ist echt so klein. Boah, guck mal, der T-T-Ber. Alter, ein Messer im Auge. Oh, Alter. Survival! Kann ich die Tür wieder zumachen? Nein, geht nicht. Okay. Huha. Nein, ich habe nichts anderes erwartet. Gute Nacht, Schiller. Ich wünsche dir einen guten Nächtle. Callum! Follow the trail, Schiller. Alter, hör auf! Ich bin alle Jungen, wir haben mein Leben noch vor mir. Warum muss ich eigentlich sowas immer spielen? Oh, schöne Musik. Wo kommt das her? Ich bin da... Oh, guck mal, Alter, wie geil das aussieht. Aber da fehlt eine Gondel, ne? Guck mal. Sogar mehrere. Zwei Stück zähle ich, die da fehlen. Oh, wie geil. Guck mal, Big Monster. Oh, kann man damit fahren? Wie cool. Wie geil das ist. Was? Aber bei Search Simulator, das ist ein Messer im Auge. Ja, mein Gott. Oh, wie cool. Ich möchte hier gar nicht rennen, weil ich das total schön finde, so durch den Park zu laufen. Ich meine, okay, da ist es noch ein Spiel. Ja, aber... Das Spiel speichert. Vor allem, was ist denn für ein Freizeitpark, wo es nur einen Weg gibt? Ganz ehrlich. Wenn ich im Freizeitpark gehen würde und so ein Gesicht sehen würde, ich würde da... Nein, ich würde da neben dem drauf gehen. Oh Gott, ich kann das gar nicht so alles übersetzen, ey. Das ist so schwierig. Also, so wie es aussieht, ist da wohl irgendwie so ein Typ in diesem Shipman-Kostüm gewesen. Soweit ich das auslesen kann, so einigermaßen. Und der hat wohl Kinder wohl irgendwie auch irgendwie mit Kindern irgendwie was gemacht. Und das kann ich wohl so einigermaßen rausfinden. Der wurde dabei auch irgendwie erwischt und alles. Aber mehr kann ich da jetzt auch nicht so weit rauslesen. For the free, no way to choice everybody was running from the guy. Also, wie gesagt, der Typ war total durchgeknallt. Und der hat sich halt an Kinder vergangen, so ein bisschen in seinem Kostüm. Das habe ich halt jetzt ein bisschen rausgelesen. Wo muss ich denn jetzt hin? Will ich damit fahren? Bin ich mir da ganz sicher? Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob ich damit fahren möchte. Ich möchte am liebsten hier weg. Guck mal, das Kassenhäuschen. Erstmal Fahrschips lösen bei der Handelloge vorne an der Kasse. Alter, von dem, das Ding, das hat vier Augen. Nee, warte mal. Drei, fünf Augen, glaube ich. Das Ding, da würde ich nicht mit dem drauf gehen. Nee, sechs Augen sogar. Oh Gott. Da würde ich schon... Raaah. Und irgendwie muss der Park ja auch... Irgendwann muss der Park ja auch geschlossen... Achso, ja gut. Wir können doch nicht einsteigen, wenn es sich bewegt. Die Speed... Die Speed... In Cress-Speed. Achso, nee, nee, nee. So langsamer werden. Nee, nee. Langsamer. Anhalten 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 So Und jetzt nochmal hier neue Reise Neue Runde Hier mit allem Dings Und überhaupt noch hast du nicht gesehen Mit allem hoch und runter Und ja jetzt neue Reise gerückt Das schlug Muss ich einfach mal machen Ja und jetzt warte mal, wer steuert denn das Ding Wenn ich jetzt da einsteige, das geht doch gar nicht, oder wie ist das Hallo Ähm